Familie kann etwas Wunderbares sein. Gerade im fortgeschrittenen Alter tut es gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der für einen da ist. Doch da das Leben teilweise auch aus anderen Verpflichtungen, wie etwa Arbeit, Schule und Beziehungen besteht, kann auch die eigene Familie nicht immer da sein, wenn man sie braucht. Wir jedoch schon. Denn die Seniorenbetreuung Schweiz sorgt dafür, dass auch sie während ihres Tagesablaufs tatkräftig unterstützt werden. Ganz egal, welche Herausforderungen sich ihnen in den Weg stellen, unsere Damen sind jeglichen Aufgaben gewachsen. Essen servieren, mit ihnen einkaufen gehen, ihren Lebensraum sauber halten oder Begleitung bei einem Spaziergang. Es gibt fast nichts, was unsere bestens ausgebildeten Hausengel nicht für sie erledigen. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung unserer Mitarbeiter wissen diese ganz genau, wie sie ihren Alltag versüßen können. Haben sie spezielle Wünsche bezüglich etwaiger Fremdsprachen? Oder ist es ihnen etwa wichtig, dass ihre Betreuerin dieselben Interessen hat, wie zum Beispiel Tiere, Gartenarbeit oder Kartenspielen? Haben sie andere Wünsche, Anregungen und Vorgaben? Kein Problem. In unserem großen Pool an Mitarbeitern finden wir immer genau die richtige Person für sie. Zuhause in Würde altern kann so einfach sein. Mit der Seniorenbetreuung Schweiz. Und das bereits seit mehr als 14 Jahren. Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Beratungsgespräch. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir freuen uns auf nuestros unseren Beratungsgespräch. wie auf Ihre Resensuelle geht». Und wir freuen uns auf unsere Richter. Und wir sehen uns nach Unternehmen.